so weiter geht's mit aktus aktus dafür müssen wir nach nach hier ach schweber gibt es okay oder lasst mir mal ganz kurz gucken wo wir hin müssen das muss ungefähr sein glaubt dann hier ungefähr da dann ist richtig sehen dagegen muss es sein ich meine ich habe ja auch schon geguckt gehabt aber irgendwie keins gefunden haben jetzt mal vorstellen dass es da unten an dem see ist hier ungefähr muss es sein wie auf dem see leider nicht ist halt schwer markiert muss ich sagen man weiß nie genau wo es genau steht da ist es wir haben es jetzt aber vorher mal noch speichern noch mal kurz zeigen wo wir waren genau genau der punkt besten hier drüber dann genau hier jetzt go